Frau Wolf, der Ethikrat hat abgelehnt, Kinder unter 10 Jahren in meiner Studie zu behandeln. Und zwar aus gutem Grund. Ich habe bereits ein Kind verloren. Das war das Mal, überstehe ich das nicht. Ich sehe wieder Ducha. Ich sehe, ich sehe, dass ich etwas zu schrauben habe. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich kann es nicht mehr sehen. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.